Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo. In diesem Infovideo möchte ich einfach mal auf das neue Projekt eingehen, was ich, was morgen starten wird, nämlich Sparks Challenge. Ich denke mal, eine Menge Leute von euch werden den YouTuber Spark of Phoenix kennen. Er hat ein neues Projekt gestartet, wo alle mitmachen können. Da habe ich mir gedacht, ja komm, mach's das einfach mal. Und ja, was genau ist Sparks Challenge? Sparks Challenge ist einfach, man hat 30 Dinge in Minecraft zu tun und das muss man aufnehmen. Man darf in einer Woche eine Stunde aufnehmen. Ich mache das ein bisschen anders mit dem Aufnehmen, aber ich lade es immer eine Stunde pro Woche hoch, weil ich mit dem Aufnehmen nicht anders hinbekomme. Es wird eine Folge jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag geben, genau wie bei Spark. Und ja, die Regeln sind eben, dass man, wie gesagt, nur eine Stunde pro Woche macht. Nochmal kurz durchlesen. Ja, ich habe das gerade hier offen. Intro und Outro würden nicht zur Folgenlänge zählen, habe ich beides nicht, also es ist egal. Schummeln ist verboten, kein Creative Mode, kein Abchecken der Map, ohne dass die Zeit gezählt wird. Und ja, kein Ziel überspringen und abhaken, obwohl es nicht erledigt wurde. Das steht dann oben in meinem Titel drin. Da steht immer Sparks Challenge, die Folgennummer, dann in eckigen Klammern, wie viel von 30 es sind. Da gibt es zum Beispiel den Änderdrachen, also das Änderei einsammeln, dann zum Beispiel ein Biken bauen. Das sind jetzt die Hammerschwerensachen, wo ich, denke ich mal, auch längere Zeit brauchen werde. Aber dann gibt es zum Beispiel ein Weizenfeld anlegen von 9x9 Feldern oder ein Bett bauen oder sowas. Auch relativ einfache Sachen. Werdet ihr alles sehen, wird in meiner Videobeschreibung stehen. Ich werde euch ganz oben in dieser Videobeschreibung, also der erste Link, wird der Link zu seinem Video sein, wo er das Projekt vorstellt. Könnt ihr euch dann angucken. Dann wird noch ein Link zu seinem Kanal in die Beschreibung kommen. Und ja. Was in den anderen Tagen, in den Wochen kommt, weiß ich nicht, ob da überhaupt etwas kommt. Denn ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür haben werde. Aber ja. Morgen startet es am... Gute Frage. Ich weiß nicht mehr, welche heute ist. Ich schaue mal kurz nach. So, Montag kommt das Video am 18. Am 19. November startet das bei mir. Ist noch etwas Sinn, aber okay. Nee, gar nicht wahr. Was labere ich? Das startet bei mir gar nicht am 19. November. Das startet bei mir am... Oder warte, Sonntag kommt ein Video. Montag, würde das kommen? Doch, das startet am 19. Am 19. November startet das, sage ich jetzt einfach mal. Joa. Dann würde ich sagen, genaueres wird dann in dem Video eben erzählt. Und in den einzelnen Parts erzählt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.